Es sind derzeit die eher dünn gesäten, schönen Momente, bei denen wir mit unserer Kamera dabei sind. Am vergangenen Freitag gab es einen solchen. Wir waren gemeinsam mit vielen interessierten Medienvertretern am AWO-Kinderhaus Kuschelkiste im Zwickauer Stadtteil Eckersbach vor Ort. Mit dabei der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Zwickau, Felix Angermann. Auf Initiative der Sparkasse fand dieser Termin statt. Herr Angermann, es heißt so schön, ein Mann sollte ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen. Wie kann man das denn abwandeln auf die Sparkasse Zwickau, auf die Aktion von heute? Schwierig. Also ich habe stellvertretend heute für einen sehr alten Mann einen Baum gepflanzt oder für eine sehr alte Dame. Die Sparkasse Zwickau ist nämlich 175 Jahre geworden dieses Jahr. Und anlässlich dieser Feierlichkeit haben wir gesagt, wir wollen mit unseren Kunden feiern. Das ist ein bisschen ins Wasser gefallen dieses Jahr. Aber wir wollen auch was machen, was nachhaltig in Erinnerung an diesen Tag bleibt. Das war der 16.04. dieses Jahres. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen Grundschulen und Kindergärten die Möglichkeit geben, ein Bäumchen zu pflanzen. Und so sind wir heute stellvertretend hier, die Kindereinrichtung, der AWO, um symbolisch für 93 andere gepflanzte Bäume auch einen weiteren hier zu pflanzen. Und das soll nachhaltig eben an unser Jubiläum erinnern. Und ich denke, was ist Schöneres, als auch mit Kindern zu feiern und gerade das Anschreiben von Herrn Kluge an die Sparkasse mit dem lutherischen Gedanken. Und wenn auch die Welt morgen unterginge, so würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Man fühlt sich ja fast in der Phase, in der wir uns heute bewegen, wie der zweite Lockdown. Also ein bisschen Weltuntergangsstimmung kann man immer ein bisschen ausmachen. Und ich finde, der Apfelbaum ist ein wunderbreites Zeichen der Hoffnung. Wie auch jetzt die Zeit, in der wir uns bewegen, Adventszeit, das ist ja auch eine Zeit der Hoffnung und Freude. Und insofern wünsche ich natürlich auch, wenn es ein bisschen vorfrüh ist, erstmal ein gesegneter Adventszeit, all Ihren Zuschauern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und alles Gute für das neue Jahr 2021, in dem hoffentlich dann wieder mehr Begegnung möglich ist. Um den Jüngsten der Einrichtung einmal anschaulich zu demonstrieren, wie so ein Bäumchen gepflanzt wird und wie man es richtig pflegt, war ein ausgewiesener Fachmann mit vor Ort. Ja, Herr Schupp, Sie haben heute den Kindern und Anwesenden sehr schön erklärt, wie man einen Baum pflanzt. Warum gerade im Herbst? Herbst ist die klassische Pflanzzeit für Obstbäume, Rosen und Heckenpflanzen. Das hat den Hintergrund, dass mit der Herbstpflanzung erreicht wird, dass die Gehölze schon erste Wurzeln bilden, die dann im Frühjahr, sofort im März zur Verfügung stehen, sodass das Wachstum wesentlich besser vonstatten geht, als wenn die Pflanzung dann erst im April oder Mai stattfindet. Vor allen Dingen ist das der Fall bei Pflanzen, die wurzeln nackt sind, bei Pflanzen im Topf ist das nicht ganz so ausgeprägt. Das ist ja noch ein relativ kleines Bäumchen. Wir haben einfach symbolisch mal ein Körbchen mit Äpfeln daneben gestellt. Kann man damit rechnen, dass der Baum im nächsten Jahr schon Früchte trägt? Wir haben vorhin geschaut, bei dem Baum ist es tatsächlich so, dass schon einzelne Blütenknospen vorhanden sind, sodass nächstes Jahr eine Blüte stattfinden wird im April. Und dann entsprechend, wenn kein Spätfrost kommt und genug Bienchen da sind, entsprechend auch Früchte dranhängen im Oktober. Die Kinder haben sich sehr gefreut, diesen Baum heute in Empfang zu nehmen. Trauen Sie denen auch zu, dass Sie den Baum pflegen können? Oder ist es eher nicht so aufwendig, einen Apfelbaum zu pflegen? Das ist wenig aufwendig. Die Faustregel, die wir immer verwenden, ist, dass wir sagen, man soll lieber weniger oft, aber dafür ganz intensiv gießen. Also als pauschale Regel, die natürlich immer etwas witterungsabhängig ist, kann man sagen, alle zwei Wochen zwei Kannen Wasser und dann ist die Sache geritzt. Jetzt verraten Sie uns noch, was es für eine Sorte ist, die wir hier geplant haben. Das ist die Sorte Ingrid Marie. Okay. Süß, sauer? Genau dazwischen. Also harmonisch vom Süßsäure-Verhältnis. Also für Kinder genau das Richtige? Kinder genau das Richtige, genau. Betrieben wird das Kinderhaus im Stadtteil Eckersbach in der Heisenbergstraße 49 von der Arbeiterwohlfahrt. Gerne war am Freitag auch der Vereinsvorsitzende beim Termin mit dabei. Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich eine Kita unserer AWO in Zwickau. Und wir sind natürlich sehr froh, dass die Sparkasse uns hier so bedacht hat mit einem Apfelbaum. Hat ja auch ein Stück weit was Nachhaltiges, ein Apfelbaum. Er trägt Früchte. Das wollen natürlich die Kollegen hier in der Kita auch, dass die Arbeit Früchte trägt, die sie am Kind dort leisten. Und ja, wir versuchen sehr auf Nachhaltigkeit zu setzen. Das heißt, zum Konzept passt es auch gut. Wir werden es natürlich mit Regenwasser gießen. Das sammeln wir extra hier von den Dächern. Und ich denke, das passt einfach gut zusammen. Wie ist denn derzeit in Corona-Bedingungen die Situation hier in der Einrichtung? Also die Situation ist natürlich schon angespannt. Also wir haben jeden Tag neue Nachrichten. Wir haben Verordnungen, die beachtet werden müssen. Es gibt natürlich auch positive Fälle im Bereich der Eltern, der Erzieher und im Umfeld der Einzelnen. Und das muss alles ein Stück weit berücksichtigt werden. Es muss eigentlich jeden Tag neu eingeordnet werden. Wie ist die Situation? Und da gibt es natürlich auch immer mal Überraschungen, wo wir dann handeln müssen. Aber bis jetzt, toi, 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 haben das die Kollegen immer sehr gut hinbekommen. Und am Ende doch jede Situation gemeistert, auch wenn manches ein bisschen durcheinander war. Aber es ist ja auch schön, dass die Kinder hier nach draußen können. Wir sehen es, hier ist noch einiges im Aufbau. Aber das ist ja gerade wichtig, an die frische Luft zu gehen. Und deshalb kommt dieser Apfelbaum wahrscheinlich gerade richtig. Genau. Also wir haben hier an der Kuschelkiste ein sehr großes Grundstück, auf dem man auch viel veranstalten kann, an dem wir viel machen können. Das tun wir auch. Die Erzieher, der Herr Kluge und sein Team lassen sich da ganz viel einfallen. Das ist auch sehr innovativ. Natürlich sind noch viele Sachen dabei, wo man dann nach ein paar Jahren mal wieder drüber nachdenken muss, ob man das nicht wieder ändert. Aber da ist ja ganz viel Bewegung immer drin. Es war schön mit anzusehen, mit wie viel Eifer die Kinder bei der Sache waren, das Apfelbäumchen richtig einzupflanzen und dann zu wässern. Wir haben einmal nachgefragt. Ja, ihr seid ja heute von der Sparkasse Zwickau überrascht worden und habt einen Apfelbaum gemeinsam gepflanzt. Wie war das denn? Schön. Cool. Schön. Ihr habt die Schaufel in die Hand genommen und habt ihr auch was gelernt, was wichtig ist, wenn man einen Apfelbaum pflanzt? Ja. Und was? Wir gut aufpassen müssen. Und trägt ihr denn nächstes Jahr schon Früchte? Ja. Und esst ihr die Äpfel dann? Ja. Und denkt ihr dran, den Apfelbaum zu gießen? Ja. Dann hoffen wir, dass der Baum sich prächtig entwickelt und vielleicht im nächsten Jahr schon erste Früchte trägt. Was ist der Glan-K Wholeaved? Und dann nulier? Jetzt bluesstЫck die Achtung. Und dann mache ich Gesprächig.